Hey, Janis. Am kommenden Ostermontag spielt ihr gegen Eintracht Braunschweig. Wie schätzt du euren Gegner ein? Braunschweig steht jetzt knapp über den Strichs und 15. Platz und die werden brennen, die werden heiß sein. Wir waren ja selber mal in der Situation wie die. Die werden brennen und das Spiel mit 100 Prozent angehen. Wir müssen einfach dagegen halten wie in den letzten Spielen. Das haben wir auch gut gemacht. Unsere Intention ist schon zu gewinnen und wir sind natürlich auch sehr, sehr heiß. Ihr hattet durch die Länderspielpause auch etwas Zeit, euch zu regenerieren. Wie heiß seid ihr auf das nächste Spiel jetzt gegen Eintracht Braunschweig? Also die kleine Pause tat mal gut, weil das war schon intensiv jetzt, aber jetzt freuen wir uns auf das Spiel und sind alle heiß und wollen gewinnen. auch zu gründnen, wie wissen wir auf das Spiel bei Eintracht bzw. Ja, ja... Jetzt war点 Forら번 Eradamenteer die Runde, är Messias ropes, oder? lerin Nikolaus Vielen Dank.